Und so neigen sich die diesjährigen Dschungelspiele langsam dem Ende zu. Und dasselbe gilt auch für unser Sendematerial. Je mehr Leute gehen, desto langweiliger wird es dem depressiven Tümpeltropter in den Tropen zuzuschauen. Winfried, der leugnet, obwohl wir alles auf Video haben. Du spinnst wohl! Jemals würde ich jemanden anpacken. Nur mit Worten habe ich mich gewehrt. Meine Faust heißt nämlich Worten. Vielleicht hat sie sich ja gegen meine Hand geworfen. Und selbst wenn, ach, dann war das nur zu ihrem Besten. Dann ist da noch Tanja, die jammert und jammert und jammert. Ich wollte doch nur meine 40.000 Euro abgreifen, dafür gar nichts tun und nach den Pflicht sieben Tagen rausgewählt werden. War das zu viel verlangt? Warum quält ihr mich so? Und unser Larissa-Highlight für heute war auch schon die Leistung aus einem Ast eine Wäscheleine zu bauen, nachdem sie die alte kaputt gemacht hat. Die hat der Winfried gebastelt, Larissa. Das war ein einmaliges Geschenk. Ihr schaut, dies ist viel stabiler als die alte. Dies ist nämlich die beste Wäscheleine der Welt. Punkt. Tanja und Melanie kämpften sich noch durch eine gelnend langweilige Jungle-Prüfung und brachten nur einen Stern mit zurück. Und zu guter Letzt kickten wir den wahnsinnigen Wutfried aus dem Camp. Was sie jetzt noch mit Larissa und den anderen drei Schlaftabletten machen sollen, weiß RTL wohl selbst nicht so genau. Tja, wer scheiße sät, wird scheiße ernten. Oder so. Jo Leute, gestern hab ich euch gefragt, welche Folge euch bisher am besten gefallen hat. Mit einer großen Mehrheit hat Folge 2 gewonnen. Die Folge, in der Larissa rumkreischt, weil sie in dieses Rattenloch muss. Auch eins meiner Lieblings-Highlights, muss ich sagen. Hoffen wir mal, dass wir das Ganze nochmal überbieten können mit dem Finale und so weiter. Ich bedanke mich für eure Mitarbeit bisher und so. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.